Du warst nicht vorbereitet! Und auch die Kataklesmgebiete, wie zum Beispiel das Schattenhochland, das machen wir auch gleich mit. Außerdem war während dem Recording hier gerade das Winterhauch-Event, das heißt auch dort haben wir wieder alle Erfolge mitgenommen für den Winterhauch-Titel, den wir uns hier noch abgeholt haben, als auch das ein oder andere Spielzeug, das mit dabei war. Und außerdem geht es natürlich noch massiv weiter mit dem Mythic Plus als auch dem Raid-Progress, denn gerade bei Mythic Plus sind wir ja gerade drauf und dran, alle unsere Erfolge da drin abzuschließen. Also hauptsächlich die Main-Rewards drinnen abzuholen, das sind ja einmal alle Dungeons auf 20 abzuschließen, einmal 2000er bzw. 2500er Wertung zu erzielen und das war es mehr oder weniger für Mythic Plus Rewards. Danach sind wir natürlich auch noch im Raid unterwegs und da versuchen wir natürlich nach wie vor Curved zu erzielen, das heißt den Endboss im HC-Down zu bekommen. Aber nicht nur den Endboss, sondern wir wollen natürlich auch alle anderen Bosse down kriegen und da schauen wir natürlich, dass wir ebenfalls weiter vorankommen. Ansonsten viel Spaß mit dem Video! Vorher jetzt weitermachen mit Meisterlernen brauchen wir ein Item unbedingt, wenn man diese Quests abschließen will. Und zwar ist es das weiche Schaumstoffschwert. Mit dem Schaumstoffschwert kann man einfach aus Spielzeug lernen, das heißt wir können uns das kaufen, einmal lernen und dann können wir das in die Leiste reinziehen. Und das sorgt dafür, dass wir Gegner nicht damit killen, das heißt das haut einfach so langsam zu und dann hat der Gegner einfach nur irgendwie 10% HP. Wenn ihr das haben wollt, das gibt es entweder in Sturmwind oder in Orgrima in der Gasse, läuft einfach durch die Gegend, den Sturmwind halt in den Kanälen hier oder in Dalaran im Spielzeugladen. Hier zum Beispiel hätten wir so eine Paradequest, ich muss den nämlich hier low hauen, wenn ich ihn anschießen würde, wäre er instant down. Hier kann ich aber einfach dieses Schwert benutzen, das holt dann langsam aus, haut den Mob hier Baseline auf die 10% und damit sind wir mehr oder weniger fein, den gefangen zu nehmen. Und das nächste Gebiet haben wir dann, Quests im Dimmerwald sind erfüllt, erkundet haben wir es natürlich auch, dementsprechend geht es weiter nach Westphal. Und wenn ich gerade schon in den ganzen Gebieten unterwegs bin für die Quests, machen wir natürlich auch gleich den Dungeon und der erste ist hier die Todesminen und da gehen wir logischerweise gleich im Heroischen rein, weil da kriegen wir die normalen Sachen auch gleich mit. Und hier drin gibt es ja auch die ganzen Achievements für die einzelnen Bosse und der erste ist ja allzeit schlagzugsbereit. Für den zweiten Erfolg bei Trampel muss man einfach nur Body pullen, das heißt reinlaufen, warten bis er chargt, wenn er gegen den Baumstumpf gechargt ist, laufen hier ganz viele Ratten. Man macht sich am besten ein Makro, wo man Minenratte anvisiert, das heißt einfach so ein Makro mit Target Minenratte und dann schießt man hier mehr oder weniger die Minenratten aus im Leben und versucht natürlich den Boss hier nicht zu hitten. Wenn man wirklich alle erwischt, kriegt man 9 Ratten pro Phase, das heißt man muss halt 3 Phasen abwarten und hat man hier die 20, dann kriegen wir hier den Rattenfänger. Damit haben wir hier noch Todesminen, Heroisch Todesminen und verheerender Van Cleef Vernichter. Zwei Erfolge wären noch drinnen, die muss ich dann beim nächsten Mal mitnehmen, aber ich sei hier erzählt, das heißt man kann ja jeden Tag hier reingehen. Westphal haben wir ebenfalls beendet, auch hier natürlich wieder Gebiet mit erkundet und einmal alle Quests abgeschlossen. Jetzt machen wir weiter im Schlingendorntal. Da haben wir gerade eins der etwas selteneren Hunter Pets und den gönnen wir uns natürlich auch, wenn wir gerade schon hier sind, kann man den einfach mit einpacken, weil warum nicht? Sieht zumindest ganz cool aus, weil der halt so hochglanzpolierte Tiger ist einfach und wenn wir schon Hunter sind, dann können wir ja auch einen Part der seltenen Pets sammeln gehen. Und im Schlingendorntal, zumindest im ersten Part davon, sind wir auch fertig, erkunden müssen wir ja noch ein bisschen und außerdem gibt es ja so ein extra Erkundenachievement für die Kataklysm Parts. Da muss man nicht so alle Sachen erkunden, die vom Kataklysmus verwüstet wurden, unter anderem halt hier den Wirbel. Bevor ich aber jetzt anfange, hier in Beutebucht weiter zu questen, beziehungsweise generell im unteren Teil, also hier im Schlingendorntal, machen wir zu allerersten Erfolg und zwar ist das der Blutsegeladmiral. Dabei gibt es ja unter anderem den gleichnamigen Titel und dafür müssen wir das Dampfdruckkartell nach unten spielen. Ich quest ja sowieso noch alles durch und da gibt es Ruf ohne Ende später beim Dampfdruckkartell, deswegen wollen wir darauf nicht verzichten. Fangen also gleich damit an, dass wir den Ruf zuerst runterfarmen und dann wieder hoch, dann sind wir nämlich gleich besser unterwegs. Das heißt, wir gehen einfach hier drauf, klicken dann hier im Krieg und dann dürfen wir hier einfach alles umhauen. Okay, das hat jetzt nicht so lange gedauert, ich habe hier mitgestoppt und zwar 24 Minuten, 20 Sekunden haben wir gebraucht mit dem 19% Barf hier noch mit dabei. Dunkelmond-Jamax wäre auch noch abgewiesen, aber da habe ich jetzt nicht so schnell realisiert gerade, aber egal. Man muss nämlich nur bis Wohlwollen kommen bei der Fraktion und wenn man Wohlwollen gehittet hat, fliegt man einfach hier rüber zu den Schiffen. Und bei Flottmeister Firalon in der Purbuschleier, das ist hier das etwas mittigere Schiff und da kann man dann hier Segelsetzen Admirale einmal annehmen und das wollen wir haben. Und für die erste Quest gibt es erstmal hier das ganze Blutsegel-Set, also die Stiefel, Brust und so weiter, das Hemd und so weiter, alles mit dazu. Und für die andere Quest müssen wir nochmal kurz die zwei, ja, dort in der Stadt kehren. Und wenn wir das gemacht haben, gibt es hier auch noch den kosmetischen Kopf und einen hellen Dart und zwar ist das Segelsetzen Admirale. Dafür kriegen wir nämlich gleich auch einen Titel und zwar ist das der Titel Blutsegel-Admirale, das heißt, wenn wir jetzt hier reinschauen, dann können wir uns jetzt hier Blutsegel-Admirale nennen. Außerdem wird die Heldendart benötigt, damit man sich den Titel der Wahnsinnige holen kann. Dafür muss man noch ein bisschen mehr machen und der erste Schritt wäre, wie gesagt, erstmal das zu holen. Und das geht ein bisschen schneller, denn jetzt müssen wir hier wieder Dampfdruck-Kartell nach oben farmen, damit wir überhaupt hier weiter questen dürfen. Hierfür reisen wir erstmal zum Dunkelmond-Jamax, kriegen hier noch Hört, Hört, Seht Her. Das ist nämlich einfach, wenn man den Jamax einmal betritt, können die Quests gleich abgeben, dann gibt es das Buch. Damit kann man dann diese Quest-Items gedroppt kriegen und wir holen uns den 10% Ruf-Buff. Und wenn wir schon am Dunkelmond-Jamax sind, machen wir natürlich gleich die Dailies hier mit, weil den Ruf brauchen wir eh auch irgendwann. Und nebenbei kann man hier ein paar Achievements mitnehmen, wie zum Beispiel hier mit dem Schnellschuss. Das heißt, einfach warten, bis hier das Ding aufploppt und dann einfach schnellstmöglich schießen. Bei Hau den Gnoll muss man einfach nur 45 Punkte schaffen, dann gibt es hier gleich ein Pad noch mit dazu. Und hier, wenn man sich aus Kanone schießen lässt, muss man genau hier in die Mitte fliegen. Ist immer ein bisschen tricky, das dauert ein paar Tries, aber es gibt auch nochmal 10 Erfolgspunkte. Und beim Panzer-Game ebenfalls 45 Punkte erreichen für Panzer-Assets-Erfolg. Dann hier mit dem Rumfliegen mit den Flügeln muss man 50 Ringe insgesamt schaffen, gibt es gleich 3 Erfolge. Auf einmal Höhenflug, Ringmeister und Boot von Alice Raser. Und auch hier wird man wieder mit dem Spielzeug belohnt. Beim Vorhang haben wir auch schon eins bekommen, hier mit der Panzer-Steuerung. Ring spielen, auch ganz easy. Einfach genau in die Mitte aimen, immer warten, bis die Schildkröte rüber gerannt ist. Dann, wenn sie hier drüben ist, einfach werfen und dann trifft man jeden Ring. Und man kriegt hier gleich noch Vortreten mit dazu. Dann hier haben wir einmal das Tanz-Event. Da kann man einfach, ja, alles richtig nachmachen. Dann gibt es hier gleich Taktgefühl und schüttel deinen Speck. Jetzt haben wir noch Du bist der Hammer und perfekte Punkte sind einmal abgeschlossen. Also wenn man die höheren Schwierigkeiten gerade macht. Man müsste das dann noch mehrmals machen. Das machen wir jetzt aber nicht alles an einem Stück, sondern wir schauen hauptsächlich, dass wir mal die Dailies fertig kriegen. Jetzt gehen wir unseren Ruf wieder reparieren. Und zwar beim Dampfdruck-Kartell hier müssen wir erstmal wieder alles nach oben ballern. Das braucht man aber nicht am Anfang grinden, das muss man erst später grinden. Am Anfang kann man einfach Items abgeben. Und was wir jetzt brauchen für alle paar Rufdinger sind 40 Seitenstoff jeweils und 4 rote Farbe. Und davon kaufen wir jetzt einfach mal ein bisschen was. Ein bisschen zu viel Gold ausgegeben. Ich glaube für den Stoff habe ich jetzt so 540 Gold gezahlt und für den roten Farbstoff, ich glaube, nicht mal 50 Gold oder so. Damit sind wir jetzt bei Beutebucht wieder neutral. Und bei den anderen Fraktionen sehen wir, sind wir ganz kurz davor, dass wir wieder in den normalen Stand kommen. Man könnte jetzt alternativ entweder in die jeweiligen Gebiete gehen, wie zum Beispiel Ratchet und dort weiter abgeben. Weil hier darf ich ja zum Beispiel nicht mehr weiter abgeben. Oder man farmt zum Beispiel jetzt hier Piraten, weil dafür kriegt man halt auch ganz normalen Ruf. So, den Ruf haben wir halbwegs wieder behoben. Jetzt sind wir hier beim Beutebucht einmal freundlich mit 2400. Und das Einzige, was noch fehlt, ist ewige Warte. Habe gerade ehrlich gesagt keine Lust, dass ich da jetzt noch hochfliege, um das ein bisschen noch auszubessern. Weil es geht eh nur bis neutral und dann kann ich eh nichts mehr abgeben. Und danach müssen wir ganz normalen Questen oder halt den Mobgrind machen. Aber jetzt können wir halt wieder weitermachen beim Meister der Lehren. Jetzt bin ich hier wieder mal in Keys unterwegs, denn wir haben nämlich gerade die Woche, dass es halt ein HC-Item gibt. Das heißt, ich kann hier einfach drei Keys, ah vier Keys laufen und dann kriege ich noch ein HC-Item. Wollen wir natürlich machen. Nebenbei versuchen wir hier wieder weiter nach oben zu pushen. Wir haben ja von unten weg gestartet und jetzt kommen wir immer höher und höher. Mittlerweile sind wir schon bei 15 an. Nicht so clean, aber es ist ein Plus 2 geworden. Also auf jeden Fall haben wir jetzt einen 17er Key. Ich hoffe nichts, was wir nicht schaffen würden. Doch Adalters, ah, das ist sogar easy peasy. Den werde ich gleich als nächstes organisieren. Jetzt müssen wir nur noch schauen, ob wir hier eventuell auch noch ein Item bekommen. Ansonsten sieht das nicht so gut aus. Oh, schade. Leider wieder nichts. Jo, der 17er überhaupt neues Best jetzt. Und wir haben den überhaupt Plus 2 gespielt. Das heißt, jetzt hätte ich eigentlich einen 19er Key am Start. Und wir haben die 1500 geknackt. Damit brauchen wir jetzt also nur noch 500 Rating bis zum KSM. Schauen wir mal, ob es diesmal was wird mit unserem Loot. Diesmal wird es tatsächlich was mit Armschienen. Aber habe ich es leider so weekly welche bekommen jetzt. Das ist sehr, sehr bitter. Okay, dass wir den 19er jetzt so clean runterspielen, hätte ich mir nicht gedacht. Und das überhaupt der Healer nur 450 Item Level. Also definitiv sehr respektabel, was hier gerade abging. Da gibt es echt nichts zu sagen. Damit nochmal neues Höchstermal erzielt. Plus 2 Keystone Stufen, wenn wir mal hören. Damit 19er der höchste Key, den wir bisher abgeschlossen haben hier. So, unser erster 20er die Season. Mieses Gefühl, aber schauen wir mal. 20er finsterer als die Kirche tyrannisch, stürmisch und wütend. Damn, das hätte ich echt nicht gedacht. Wir timen tatsächlich den 20er gerade mit noch ein bisschen Rest Time. Also sehr, sehr respektabel. Habe zwar ein paar Tode eingefahren und ich merke, dass mein Gear noch nicht dafür bereit ist. Aber 20er, so early? Hätte ich definitiv nicht damit gerechnet. Und es gibt erstmal plus 255 Punkte. Damit sind wir schon auf 1800. Und ab 2000 gibt es KSM und unser Setteil. Ja, bei so normalen Boss-Fertigkeiten auf tyrannisch im 20er habe ich schon derart gemerkt, wie sehr mein Gear fehlt. Weil ich habe halt erst 600.000 HP im Gegensatz zu normal irgendwie 800.000, 900.000. Das heißt, die Boss-AOE-Fähigkeiten, die haben mich fast gewoneshottet jedes Mal. Deswegen, sehr gute Performance vom Heiler. Und ich habe immer sehr schön meine ganzen Dev-CDs durchgetradet. Und ein Totstellen funktioniert halt auch einfach bei so vielen Fähigkeiten. Das ist immer richtig, richtig angenehm. Aber wir haben immer noch keinen Vierer-Set. Deswegen fehlt uns immer noch massiv viel Damage. Aber wir können halbwegs mithalten, zumindest mit den ganzen anderen. Jetzt habe ich die Quest abgeschlossen. Das heißt, jetzt gibt es hier ein HC-Item. Big, big, Däumchen drücken, dass das vielleicht ein Bogen wäre. Das wäre insane. Ansonsten die Handschuhe haben wir gerade noch aus der Mythic-Bloss-Instanz bekommen. Die werden wir aber vorerst nicht benutzen. Sondern wir dürfen dafür unsere 4,63er-Handschuhe halt mehr oder weniger for free aufwerten. Weil wir jetzt die hier haben. Die behalten wir uns mal auf. Schauen wir, was wir drinnen haben. Und wir haben einen Gurt. Schade, leider nicht das, was ich haben wollte. Aber definitiv trotzdem ein Upgrade. Also kann man sich eigentlich auch nicht beschweren. Unsere Weekly sieht relativ gut aus für diese Woche. Weil jetzt haben wir die vier Dungeons abgeschlossen. Das heißt, wir haben wieder eine Zweierkiste. Und hier haben wir überhaupt ein 20er-Key am Start jetzt. Nächste Quest-Gebiet wurde beendet. Und zwar der Schlingendorn-Cup. Und natürlich haben wir auch nebenbei hier den Schlingendorn-Cup-Erkunde. Das heißt, jetzt sind wir hier schon mal mit dem unteren Bereich halbwegs fertig. Jetzt arbeiten wir uns langsam nach oben durch. Da haben wir noch eine dieser glänzenden Katzen hier. Da sehen wir uns gerade rumlaufen. Guten Kasch. Den findet man hier im Sumpfland. Oder Sümpfe des Elends, nicht Sumpfland. Und zwar hier ganz vorne auf dieser kleinen Insel kann er sein. Das ist nur die grüne Variante. Und der ist auch wieder so hochglanz aboliert. Den werden wir uns natürlich hier auch gleich wieder zähmen. Und der nächste Zone-Bord beendet. Und zwar diesmal Sümpfe des Elends haben wir abgeschlossen erkundet. Und 1500 Quests auch noch abgeschlossen. Als auch auf dem Weg den Gebirgspass der Totenwinde erkundet. Jetzt geht es noch ab in den Tempel von Atal-Hakar. Weil wir gerade da sind. Schließen drinnen die Quests ab. Und machen natürlich den Dungeon zu Ende. Und die verwüsteten Lande habe ich fast noch übersehen. Aber auch die haben wir jetzt erkundet und einmal durchgequestet. Damit haben wir jetzt aber wirklich hier unten eigentlich alles fertig. Westfall, Wald von Elvin und so weiter. Mein Wald von Elvin habe ich jetzt noch nicht gequestet. Das können wir aber auch noch machen für ein bisschen Rufe. Zuerst widmen wir uns mal dem Meister der Lehren. Das heißt wir questen jetzt hier dann alles nach oben weg durch. In der Hoffnung, dass ich endlich meine letzten zwei Teile hier kriege. Und zwar einmal einen Kopf und einmal eine Brust. Sind wir wieder mal im Raid unterwegs. Und werden wir wahrscheinlich wieder ein Full Clear machen. Damit wir hier eventuell mit einem Teil rausgehen. Ein Bogen wäre auch noch sick. Vor allem der von Tindral. Der wäre natürlich richtig, richtig lecker. Ja schade an Firak hat es da ein bisschen gehabert. Aber jetzt ist es schon zu spät. Ich bin schon so kurz vorm Reset gerade. Deswegen suchen wir uns jetzt keine neue Gruppe mehr. Ich habe leider gar nichts bekommen. Außer dann Ruhestein als Spielzeug. Das heißt jetzt haben wir hier einen Toy mehr auf jeden Fall. Den können wir uns gleich mal reinballern. Kleine Spielerei und Erfolg haben wir auch noch bekommen. Weil wir gewiped sind. Und zwar hier steht weiter. Im Feuer werdet von Firak getötet. Das hatten wir tatsächlich gar nicht. Deswegen wenigstens bin ich mit dem Erfolg rausgegangen. Und die Volt ist auch wieder voll. Das heißt wir sind eigentlich mehr als ready für den Reset. Damit wir da hoffentlich unser letztes Setteil kriegen. Okay die Weekly diese Woche. Die war mehr als lecker. Ich habe nämlich überhaupt einen 4.83 Helm rausgezogen. Dafür dass ich mich so lange aufgeregt habe. Dass ich kein Tier Set bekomme. Haben wir jetzt dafür Max Item Level mit einem Sock geslot. Und aufgewertet habe ich auch gleich. Das heißt jetzt haben wir hier 4.89 Helm. Und damit haben wir endlich den 4er Set Bonus erreicht. Die Brust hatte ich ja noch aus Memphis Plus. Das heißt wir haben die alte Set Brust ausgetauscht. Die haben wir nur angehabt wegen dem 2er Set Bonus. Den haben wir jetzt eh gar nicht mehr. Und jetzt sind wir schon mal ganz solide unterwegs mit 467 Item Level. Weil es jetzt diese Woche auch den Kopf in Schand gibt. Weil wir hier sehen. Brauche ich nur noch 10 dieser Essenzen. Bin ich schon wieder in dem Raid drinnen. Heißt wir clearen hier ganz fix durch. Damit ich den Kopf in Schand auch noch abholen kann. Für noch mehr Damage Gain. Stimmt was ich auch noch vergessen habe zu sagen. Wir haben hier auch noch Traum von Wirmes abgeschlossen. Das heißt ich darf jetzt meine ganzen Wappen des Drachen. Darf ich jederzeit in Wirm aufwerten. Das ist natürlich sehr sehr nice. Vor allem für die Upgrades die wir jetzt haben. Denn darunter brauchen wir ja nichts mehr. Das heißt wenn ich jetzt nochmal einen loweren Bogen ziehe. Dann darf ich ihn ja bis 4.63 zumindest aufwerten. Ohne dass ich irgendwelche Wappen benutze. Ja diese Woche lief es ein bisschen cleaner mit dem Durchlaufen. Meine TPS waren auch ein bisschen besser. Wobei bei dem Boss war ich hier nicht so mega dabei. Aber sonst so 140 bis 170k waren um den Dreh drinnen. Ich brauche auf jeden Fall noch das eine Trinket. Diesen Spiegel. Damit wir da noch ein bisschen mehr Burst zusammenbringen. Ansonsten sind wir eigentlich durch. NHC brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr. Da wird es nur noch eine Waffe geben als Upgrade. Aber da spekulieren wir eher drauf. Dass wir eine aus Mythic Plus ziehen. Da waren wir sogar gerade lucky bei einem der Traumsamen. Hier für die wöchentlichen Quests. Und haben hier einen Bonus Mount gezogen. Jetzt haben wir hier Zügel der Springflut Traumkalle mit am Start. Können wir gleich mal lernen. Haben wir wenigstens mal ein neues Reit hier wieder. Währenddessen ich hier meinen Key Orge. Meinen 20er Kronsteg. Machen wir hier mal eine kleine Shoppingtour. Und zwar brauche ich für meine Berufe mal bessere Werkzeuge. Weil ich habe da bisher noch gar keine drin. Und die sind natürlich nochmal ganz ganz nett. Gerade wenn wir später mal Goldfarben gehen. Wo wir uns hier ein bisschen was organisieren. Ja das war mal definitiv eine wilde Fiesta. Aber die Leute sind alle drinnen geblieben. Im Teil war er definitiv nett. Wir haben mal irgendwie alleine an den ersten paar Trashcopen irgendwie 30 oder 40 Tote gefahren. Verwunderlich, dass die Leute hier überhaupt dabei geblieben sind. Gleich eine neue Gruppe aufgebaut. Diesmal für meinen 19er Finsterherz. Die Key hat ein bisschen gedauert. Aber schauen wir mal ob wir jetzt vielleicht den Key hoffentlich plus 1 spielen können. Damit ich gleich den nächsten 20er tryen kann. Okay der Key lief gleich um Längenwässern. Ein paar Tote haben wir reingefahren. Aber wenigstens habe ich jetzt wieder einen 20er Key. Also und oh gar nicht gemerkt. Und wir kriegen auch noch den Meister. Das heißt wir haben KSM damit auch gehittet. Und sind jetzt somit auf einer 2000er Wertung. Das heißt wir haben unser nächstes Ziel abgeschlossen. 2k Wertung ist erreicht. Nächstes Ziel was noch. Oder unser letztes Ziel für Mifik plus noch. Ist eigentlich nur noch die 2500 erreichen. Denn da gibt es ja dann die Schulterkostomisierungen. Beziehungsweise den Elite Effekt. Den man hier zum Beispiel sieht. Bei den Mifik beziehungsweise bei den Elite Sets. So jetzt habe ich mir gerade ein 21er Rabenwerk gefunden. Da sind wir nochmal ganz fix reingekommen. Mal schauen ob wir das jetzt wieder halbwegs geintimed kriegen. Das wäre doch mal geil. Weil dann hätten wir gleich noch ein Portal mehr. Aber hoffen wir mal. Dass wir wenigstens bis zum Ende durchziehen. Und dass nicht mittendrin irgendwo einer lieft. Damn. Da haben wir es tatsächlich geschafft. Schlüsselsteinheld Rabenwehr haben wir abgeschlossen. Da gibt es nochmal Dickpunkte hinterher. Und wir haben unseren nächsten Teleport freigeschalten. Und eventuell ein Item. Wir haben ein Item. Aber das ist jetzt nicht so mega. Jo. Da schaffen wir es tatsächlich gleich den nächsten 20er zu timen. Und zwar diesmal in Adalda. Ja. Nochmal schön fix durch. Auch wenn ich gerade vor eine Gruppe hatte. Wurde ich einfach random removed. Kurz bevor es anfing. Aber jetzt haben wir dafür eine Gruppe gefunden. Nächste 20er In-Time. Definitiv nicht bad. Und wir haben halt mehr oder weniger jetzt die Weekly auch dann für diese Woche. Weil jetzt haben wir hier wieder vier Optionen. Hier zwar 19. Aber ist gleich in Fahrt. Deswegen nicht so tragisch. Aber schon mal wieder gute Weeklys am Start. Oh. Da bin ich gerade noch einen Loki gelaufen. Und zwar einen 16. Da haben wir nochmal 21 bekommen. Das heißt jetzt fehlen uns nur noch 196 Wertungen. Und ich habe endlich mein Schmuckstück bekommen. Denn das brauche ich vor allem für den Raid. Da können wir nämlich im Single-Tile richtig durchdrehen damit. Trinket jetzt am Start. Jetzt direkt einen HeartSea Raid gesucht. Mal schauen ob wir wenigstens ein paar Bosse legen können. Man weiß ja nie bei Random Gruppen. Maybe läuft es mega gut. Maybe läuft es nicht so gut. Aber wir schauen mal. Vielleicht können wir unsere Weekly ein bisschen aufbessern noch. Damn. Was der Schaden rausgeholt hat. Nur mit dem Trinket jetzt. Auf jeden Fall rasten wir langsam richtig aus mit unserem DPS. Gefällt mir immer mehr und mehr hier mit meinem Hunter grad. Beim Looten erstmal noch nebenbei Achievement mitgenommen mit. Ich wäre so gerne Millionär. 5000 Gold geplündert und gleich zwei Items abgestaubt hier. Okay. Beim Raid selber war leider bei Laro da Schluss. Das heißt wir haben jetzt drei Bosse down. Ist schon mal nicht so schlecht. Und kriegen auf jeden Fall hier in unserer Weekly dann hier auch nochmal ein HeartSea Item mit dazu. Ansonsten haben wir gerade das Winter Event. Das heißt wenn wir hier reinschauen bei Weltereignissen. Dann haben wir hier Winter auch. Das heißt jetzt gehen wir die ganzen Erfolge hier an. Müssen wir unter anderem auch BVB spielen. Das trifft sich sehr sehr gut. Ich weiß nämlich gar nicht ob das hier im KI Brawl auch geht. Dann könnte man nämlich auch alternativ den einfach spielen um das zu machen. Ansonsten mache ich hier gerade die Daily. Wo es hier das gestohlene Geschenk erstmal gibt. Und dafür gibt es gleich einen Erfolg. Und wenn wir die Daily fertig haben können wir die einfach abgeben. Und dann gibt es hier auf Metzen als erstes. Und dann geht es hier gleich weiter mit dieser Quest. Weil die brauchen wir nämlich auch damit wir gleich noch einen Erfolg kriegen. Und zwar ist der Erfolg der hier. Einfach grässlich. Damit haben wir schon mal die ersten zwei hier abgeschlossen. Und aus dieser Daily gibt es hier immer Spielzeuge. Da kann man auch die ganzen uralten Spielzeuge rauskriegen von den vorherigen Events. Und ja kann man alle lernen hier. Schneeball habe ich hier schon collected. Kann man einfach in allen Winterzonen wie Dunmorov und so weiter einfach sammeln. Die liegen einfach oben. Und dann kann man den hier einmal dem guten Moradin ins Gesicht werfen. Und kriegen hier mitten ins Gesicht das Achievement. Als nächstes brauchen wir hier so eine rote Wintermütze. Die haben wir uns jetzt hier organisiert. Und zwar aus den Schwarzfelshöhlen einmal. Und wenn wir die hier geplündert haben. Haben wir uns ja auch schon aus dem Auktionshaus hier noch zwei Teile gekauft. Für 100 und einmal 1000 Gold leider. Bisschen teuer das Ding. Aber das zieht man sich alles an. Aus der Daily haben wir hier die Krakushaus gemacht. Die Früchtepastete bekommen. Und wenn wir die jetzt essen. Dann kriegen wir hier alle Jahre wieder. Und wenn wir hier schon in der Indie sind. Machen wir noch ein paar Erfolge mit. Beziehungsweise klären das. Kringen hier gleich mal zu heiß zum Anfassen. Indem wir einfach den Boss hier im Strahl für 15 Stacks drin stehen lassen. Natürlich die Instanz auch noch abgeschlossen. Das heißt wir kriegen Schwarzfelsöhlen. Heroisch Schwarzfelsöhlen. Und den Erfolg Aszendent. Transentiert. Haben wir also alles erstmal mitgenommen hier drin. Okay der kleine Helfer in Not. Der funktioniert leider nicht hier drin. Aber wir kriegen trotzdem Erfolge. Und zwar auf die Schnelle. Und Sieg im Aratibecken. Das heißt wir müssen eine Epic BG gehen. Okay jetzt bin ich hier überhaupt gerade in einem BG. Weil wie gesagt wir machen ja diesen Erfolg. Wo ich hier mit dem Winter-Selfer-Verkleidung hier. Muss ich 50 ehrenhafte Siege. Das sind einfach nur Kills die um mich herum passieren. Erreichen. Das heißt wir müssen dann schauen dass wir nicht drauf gehen. Aber ich habe eines gesehen. Ich wusste gar nicht persönlich dass das noch existiert. Und zwar gibt es immer noch ein Matchmaking. Das Kill basiert ist. In Battlegrounds. Ich dachte das haben sie Ende Legion rausgenommen. Aber das existiert immer noch. Wenn du keine Ehrenlevel hast wie in meinem Fall. Dann kommst du nur mit Leuten rein. Wenn in BG die maximal Ehrenlevel 30 sind. Das wusste ich ehrlich gesagt echt nicht mehr. Ich dachte dass sie das mit Leechen rausgenommen haben. Weil da war das damals drinnen. Aber anscheinend gibt es das wohl immer noch heutzutage. Und wunderbar da haben wir es schon. Ein kleiner Helfer in Not. 50 ehrenhafte Siege haben wir erreicht. Und natürlich nebenbei noch zahlreiche andere Erfolge. Ein ehrenhafter Sieg. Schadenskontrolle. Todesengel. Da ploppen die Dinger nur so auf. Was man alle abholen kann. Und ich habe auch noch vorher ein paar Kochkunstrezepte gelernt. Das heißt bei Kochkunst haben wir auch noch einen Erfolg. Mehr dazu bekommen. Und das ist hier der Freizeitkoch einmal. Okay die Lower Ehrenlevel BGs sind mal anders wild. Aber wir haben hier 100 ehrenhafte Siege. Und haben den Sieg auch noch mit davon getragen. Das heißt wir kriegen auch ein paar Auberungspunkte. Das ist auch ein bisschen Ehre. Jetzt momentan spielen wir halt nur im BVE Geargrad. Nächsten zwei Erfolge und zwar einmal den Shergrad Bomber. Und Tralala Orgrilla. Da muss man einfach in der Scherbenwelt hier einmal Orgrilla anlocken. Und dann muss man halt hier die Bombing Quest einmal machen. Währenddessen man seinen Mount in so ein Rentier verwandelt hat. Das geht ja ganz einfach hier mit so frischen Tannenzweigen. Die kriegt man wenn man im Gasthaus einem von den Winterfeiernden einfach einen Kuss zuhaucht. Wenn wir hier schon in den Orgrilla unterwegs sind. Dann können wir hier auch gleich einmal kurz angeln. Für den Angeln Diplomat. Natürlich Eisenkiefer gehen wir uns jetzt nicht angeln. Dann haben wir auch noch die anderen Erfolge wo ich hier gerade für unterwegs bin. Und das ist einmal Boss auf der Erbse. Müssen wir die anschießen mit so einem Erbsengewehr. Und einmal süßer die Feinde in die Kling. Müssen wir hier mit dem Spielzeugbuch einmal hier einen Gesang anstimmen. So haben wir uns da auch durchgequält. Einmal süßer die Feinde in die Kling und Boss auf der Erbse haben wir fertig. Damit müssen wir jetzt wenigstens vorerst mal nicht mehr in die gegnerischen Hauptstädte rein. Jetzt geht der Questprogress richtig gut voran. Wir haben hier brennende Steppe erkundet, ausgequestet, 5 Dungeonquests abgeschlossen und die sengende Schlucht erkundet. Beziehungsweise haben wir sie auch gleich schon wieder ausgequestet. Also kommen wir richtig gut voran mit dem Meister der Lehren. Und innerhalb vom Ödland gibt es noch einen Bonuserfolg. Der heißt Bock auf Ziege. Dafür nimmt man einfach die Quest hier an und nockt so schnell wie möglich alle Ziegen hier runter. Blöd wenn man es halt mehr oder weniger verkackt. Weil dann braucht man einen neuen Charme mit dem man es macht. Aber im Endeffekt braucht man nur eine Quest voran machen, damit man die hier kriegt. Lochmodern haben wir durchgequestet. Ödland haben wir durchgequestet. Und erkundet haben wir auch wieder alles hier mit dabei. Jetzt sind wir schon bei 2200 Erfolgspunkten. In der Weekly diese Woche hätten wir hier HC-Schultern. Pip's Trinket ist nicht bad. Das bräuchte man, wenn dann für Beastmaster gerade am Start. Der Hals ist nicht schlecht. Und wir hätten auch unser Beast-Trinket drinnen für zumindest Single-Tage. Das Problem ist, das Trinket haben wir schon aus dem Dungeon bekommen. Und ich gehe jetzt nicht auf komplett Max-Item-Level bis zum Anschlag, sondern wir wollen ja nur unsere Ziele erreichen. Und ich glaube, da hilft uns der Hals einfach mehr, weil wir da überhaupt noch einen 463er anhaben. Und das einfach ein massives Upgrade ist. Da glaube ich, profitieren wir vom Trinket einfach weniger. So, jetzt sind wir schon 471er Item-Level. Ich weiß, das Trinket wäre natürlich die bessere Pick gewesen, weil es auf 489 geht. Aber wie gesagt, mein Ziel ist es nicht, dass wir hier das Maximum rausholen. Sondern wir wollen nur so viel Item-Level haben, damit wir alles an Content spielen wollen. Und da ist der Hals einfach gerade die bessere Wahl. Ansonsten 471er haben wir noch ein bisschen Sachen aufgewertet. Jetzt brauchen wir noch 16 von den Traumwappen. Dann haben wir nämlich hier 60 Stück. Dann kann ich mir was craften. Diese Woche gibt es wieder einen Splitter. Und mit dem Splitter kann ich mir dann 486er Bogen bauen. Und dann sind wir eigentlich ziemlich, ziemlich gut aufgestellt mit unserem Gear. Aus der Post haben wir jetzt auch noch das Winter-Auf-Verkleidungsset bekommen. Damit dürfen wir uns in den Schneemann verwandeln, wenn wir einen Schneeball mit haben. Haben wir schon am Start. Und jetzt brauchen wir nur noch einen anderen Schneemann. Dann können wir in Dalaran mit einem tanzen und kriegen ein frostiger Tanz als Erfolg. Außerdem, schon wieder einiges gemacht hier. Wir sind ehrfürchtig bei Sturmwind geworden. Durchs Questen einfach von den alten Gebieten. Quest im Loch Modan, Erkunde den Loch Modan. Quest im Sumpfland und Erkunde dem Sumpfland. Also beim Meisterlern kommen wir auch ganz gut voran. Wir haben auch fast ein bisschen wild geworden hier. Aber den ersten Kiefer die Woche haben wir fertig. 20er Rabenwehr haben wir wieder geschafft. Damit haben wir schon mal wieder eine halbwegs solide Weekly am Start. Und ein paar Punkte gab es auch noch dazu. So, jetzt haben wir hier noch einen loweren Kiefer, gerade ein 16er. Ich war gerade noch in der Gruppe drinnen für meinen Kronenstieg. Aber der wurde wieder instant depleted. Da ist wieder direkt einer rausgelieft nach dem ersten Trashback. Jetzt haben wir leider wieder einen 19er. Er ist immer Kronenstieg. Jede Woche kommen wir einfach nicht dazu, den auf 20 zu machen. Aber wir haben den hier geschafft. Und er gibt einen Huge Score. Ich bin hier nur reingegangen, weil ich noch gar kein Drohnen war. Und jetzt fehlen nur noch 67 Punkte. Dann haben wir unser letztes Ziel eigentlich für Miffy Plus auch schon erreicht. Und dann wären wir damit auch dann. Und jetzt kann ich mir hier auch so einen 483er Bogen machen, weil ich habe jetzt 60 von den Wappen. Jetzt muss ich nur relativ tief in die Tasche lang, weil ich kann mir nämlich hier einmal so einen Wappen kaufen. Und dann kann ich mir hier oben nämlich auch nochmal so einen Wappen dann anfertigen lassen für ein 483er Item. Hoffen dann auch, dass es logischerweise eine Crofted. Aber jetzt bauen wir halt hier dann die Materialien, beziehungsweise bauen wir vorher noch das Wappen. Da bauen wir einfach nur Trauma eingeben. Da sehen wir schon, das wird relativ teuer. Regenzienwert 11.800. Das drückt natürlich unser ganzes Gold hier erstmal nach unten. So, den Bogen habe ich mir jetzt herstellen lassen. 486 Itemen hat mich ein bisschen mehr gekostet. Ich habe nicht mehr einmal einfach einen Auftrag aufgegeben und gegambelt. Da kam man natürlich überhaupt nicht max raus. Dann hat einer, der Crofter, probiert das zu machen. Der war aber nicht voll ausgeskillt. Dann habe ich da wieder reingecashed und da habe ich seinen gefunden. Aber der wollte 8.000 Gold. Jetzt haben wir nämlich nur noch 3.500 Gold. Das war mal eine miese Fehlinvestition. Aber da arbeiten wir uns definitiv wieder nach oben. Gear sieht gut aus. Ich habe auch meinen Ring hocharbeiten lassen, weil ich hatte ja von der Story-Kampagne noch so ein 476er Item. Das haben wir gleich in den Ring hier noch reingepumpt. Und jetzt sehen wir eigentlich relativ gut aus. 475 Item Level und wenigstens halbwegs mal ein T-Mog. T-Mog sieht jetzt nicht nach viel aus, aber wenigstens ein bisschen was. Die Kochquests haben wir erstmal in Sturmwind alle abgeschlossen. Dann kriegen wir Essen, Fasten, Sturmwind. Das gibt es auch für die ganzen anderen normalen Städte. Danasus und so weiter. Da müssen wir das ebenfalls noch machen. Spielt jetzt aber erstmal nicht so eine große Rolle. Denn hauptsächlich wollen wir jetzt hier die Feinschmeckerpreise. Und man sieht schon, wir melden hier die ganze Zeit spammend an. Und zwar für Kronenstieg. Vielleicht finden wir da gerade einen Key, wo wir gerade noch reinkommen. Jetzt bin ich gerade wieder nebenbei im Schattenhochland unterwegs. Und da haben wir gerade die Arena beendet, gibt es gleich hier Runde 3. Kämpft und zahlreiche Transmog-Items. Es ist wieder soweit, wir sind im Kronenstieg anwesen. Ich habe glaube ich schon irgendwie 5 oder 6 Keys hier drinnen geblietet. Und alle binnen den ersten 30 Sekunden gefüllt. Dungeon ist verflucht momentan für meinen Hunter hier, wie es aussieht. Schauen wir mal, ob es diesmal wenigstens bis zum Ende durchhält. Ja gut, da haben wir wieder einen Griff ins Klo. Da hat sich wohl die Gruppe wieder aufgelöst. Müssen wir uns einen neuen suchen. Beim Warten auf die neue Gruppe habe ich hier gerade noch das Fertig gemacht, was wir am Leveln angefangen haben. Und zwar die Kampagne in Trust war. Und jetzt machen wir noch nebenbei SideQuest, solange sich das hier füllt. Okay, ich glaube ich habe es finally geschafft, dass wir mit einer Gruppe hier tatsächlich den 20er Kronenstieg timen. Oder? Oh mein Gott, Alter. Was ein Massaker. Ich glaube ich war sechs oder siebenmal drin und immer debleadet. Aber jetzt, jetzt haben wir es finally plus 20 Kronenstieg und damit aber das nächste Portal freigeschaltet. Und es fällt noch 29 Punkte bis zu unserem Ziel. Das mal echt richtig schade, der Key hier. Wir haben den gerade komplett dominiert zuerst. Und dann sind wir die ganze Zeit im Endpost gewiped, weil der Tank hat Disconnects ohne Ende. Das waren locker irgendwie zehn oder zwölf Stück immer mitten im Fight die ganze Zeit. Sanguino? Ich glaube Spanier-Server oder nicht? Naja, weiß nicht. Maybe nicht mehr mit den Leuten in eine Innie gehen. Da läuft Internet irgendwie nicht so. Da hat mich der Evoker nochmal geintet, aber ich habe nochmal ein 16er Key gerade ganz fix gemacht. Und damit haben wir jetzt unsere letzten Achievements abgeholt. Denn jetzt bin ich auf 2523. Das ist ja mehr oder weniger das letzte Achievement, was man eigentlich holen kann, was Mythic Plus anbelangt. Weil da gibt es jetzt nochmal diesen Stein. Diesen Stein kann man benutzen und dann kriegt man automatisch die Effekte. Sieht man ja hier beim Elite-Sets ist so am Rauchen oder Brennen noch extra. Und das kriegt man dann mehr oder weniger für die anderen Sets hier genauso. Das heißt, wenn ich das lerne, dann habe ich immer zwei Sets von den Schultern, die ich auswählen kann. Je nachdem, wie mir gerade zumute steht. Das ist sogar Account-Wire. Das heißt, das zählt für alle Charaktere im ganzen Account. Muss man nur einmal machen. Heißt also, unsere Mythic Plus-Reise ist fast komplett zu Ende. Natürlich werden wir noch eines machen und zwar alle Portale einmal holen. Das heißt, uns fehlt jetzt eigentlich nur noch immer grüner Floor ein Portal. Drohne gezeigt, aber leider depleted. Und hier gibt es nur ein Portal. Das heißt, man muss beide auf 20 machen. Aber dann kriegt man es ebenfalls. Und das verstärkt viel leichter als auf tyrannisch. Das heißt, da ist unser letztes Ziel noch, was Mythic Plus anbelangt. Jetzt kommt dann das nächste Ziel in Kürze. Und da werden wir schauen, dass wir den HeartSea-Raid irgendwie clearen. Was sehen wir jetzt zum Beispiel hier? Man braucht natürlich die jeweiligen Schultern, damit man dann den Effekt auch hat. Aber man hat das gut geschrieben. Das heißt, wenn ich die Schultern zum Beispiel die LFE erfahre mir gerade, wenn ich die in Zukunft irgendwann kriege, dann kriege ich automatisch. Und bei den Mythic-Schultern würde man die ohne den Effekt kriegen. Wenn wir hier sehen, jetzt haben wir halt einmal die normalen und dann haben wir immer die, die so am Brennen sind noch dazu. Und das ist mehr oder weniger, wie gesagt, komplett Account-weit. Ist ein ganz cooles Ding, dass sie das hinzugefügt haben. Und ja, das haben wir definitiv abgeschlossen. Weihnachten ist vorbei. Dementsprechend dürfen wir jetzt hier innerhalb vom Game halt diese ganzen Pakete aufmachen. Und da gibt es unter anderem dann immer eine Heldentat, weil da sind halt dann hier verschiedene Achievements mit dran verbunden. Beziehungsweise die Heldentat ist halt für das jeweilige Jahr, wenn man halt mit dabei war. Dann habe ich hier auch noch brav die Daily Bar mal gemacht. Deswegen können wir einfach mal schauen, ob wir irgendwas kriegen. Hier zum Beispiel haben wir die Steuerung vom Krachbumflieger. Da gibt es dann auch eine Heldentat. Da können wir sogar jetzt den Erfolg dann auch machen, weil da muss man andere Leute mit dem Flieger hier abschießen. Dann im zweiten haben wir nichts drinnen und im dritten haben wir auch nichts drinnen. Aber ansonsten gibt es hier, wie gesagt, halt diese neuen Spielzeuge, was man mit rausholen kann. Die sind ganz witzig. Lohnt sich auf jeden Fall einmal abzuholen. Die anderen Geschenke sind ehrlich gesagt ziemlich irrelevant. Ab und zu ist hier so ein Pad mit drinnen. Das kann man noch lernen. Und das war es mehr oder weniger. Jetzt haben wir noch jede Menge Haustiere bekommen. Das ist natürlich auch schon ganz nett, weil wir schon das ein oder andere Pad bisher gelernt haben. Jetzt sehen wir ja auch gerade noch einen anderen Spieler hier. Fiederlein steht hier gerade einfach AFK mit dem Schneemann rum. Kann ich mich auch verwandeln, weil das haben wir ja das Treu bekommen einfach per Post, wenn man einmal den Grießkram killt. Und dann können wir mit dem Schneeball einfach verwandeln. Kriegen hier einen frostiger Tanz. Und den Winterhochengel haben wir abgeschlossen damit. Das heißt, wieder zwei Erfolge mit am Start. Und einen Titel gibt es auch noch oben drauf. Ich wollte eigentlich gerade nur noch eine Weekly abholen, eine 20er. Aber hat sich sehr gut ausgezahlt, in diese Gruppe rein zu joinen. Denn wir haben tatsächlich immergrün den Floor Nummer plus 20 gespielt. Und da sogar Nummer plus 2. Das heißt, wir haben unseren nächsten Port freigeschalten. Damit fehlt uns jetzt eigentlich nur noch zwei Ports. Und zwar einmal für drohendige Zeiten. Und für die zwei gibt es ja im Endeffekt nur einen. Also alles in allem sehr, sehr solide. Ich habe mir gerade so eine kleine Gildengruppe hier gefunden. Maybe mal ein paar Bosse im HC legen. Mal schauen, ob wir ein bisschen weiterkommen. Mein Damage rastet auf jeden Fall immer weiter und weiter aus. Ich habe die hier gerade komplett an die Wand gedPSed. Schauen wir mal. Ob wir hier vielleicht Larro da wenigstens downen. Kriegen wir den aber letztes Mal ja nicht geschafft. Schade, die machen jetzt Ende. Das heißt, wir haben jetzt nicht alles gelegt. Wir haben ein paar Tries gebraucht für ein paar Bosse. Aber wenigstens haben wir einen mehr gelegt. Und zwar haben wir den Rad auch noch down. Das heißt, jetzt haben wir vier downen von insgesamt neun. Müssen uns langsam aber stetig nach vorne arbeiten. Ansonsten kommen wir nämlich schwerer in die Gruppen rein. Aber das kriegen wir schon hin. Ansonsten Performance war nicht so bad. Rad habe ich relativ gut. DBS gefahren. Eine Knorrenwurzel ist mein bester Boss. Weil ist halt immer einfach nice. Das gleiche wäre bei Larro da. Aber den wollten sie irgendwie nicht machen. Und bei den anderen Bossen sind wir so bei 150k um den Dreh rum. Also definitiv schon bei weitem besser als am Anfang. War stundenlang rumgetriet. Aber ich komme gerade nicht weiter. Bei Larro da beziehungsweise Nibur hier im Raid. Deswegen ein bisschen weiter gequestet. Von Albträumen zerfressen bekommen. Vom Schatten auf die Zukunft. König der Berge. Und jetzt haben wir hier auch gleich noch das Schattenhochland erkundet. Ich geist mich gerade einfach komplett durch die östlichen Königreiche einmal durch. Das gehört zwar schon zu Kataklysmen. Aber sollten wir bald fertig haben hier alles. Oh, final Larro da kill. There we go. Oh mein Gott. Ich schwöre euch. Ich war glaube ich in zwölf verschiedenen Gruppen. Und die kriegen das alle nicht hin. Alter. Gerade am Ende nochmal drauf gegangen. Aber wenigstens gut reingerissen hier. Jetzt habe ich hier gerade noch eine Gruppe gefunden. Für Zeitwanderung Schwarzer Tempel. Das ist momentan aktiv. Wo ich das hier gerade aufnehme. Und dann gibt es hier die Kiste. Und in dieser Kiste ist eine sehr 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 hohe Chance. Dass Alas Asche drinnen ist. Maybe können wir das nochmal irgendwie replizieren. Was wir schon mal hatten. Und zwar. Dass wir halt Alas Asche im First Try bekommen. Auf dem Account hier. Schauen wir. Vielleicht haut es wieder hin. Wie gesagt. Ansonsten eine sehr sehr hohe Drop Rate da drin. Für Alas Asche und den ewigen Zeit-Tescher. Ja. Gibt es bei jedem Time-Walking-Event immer so eine Kiste jetzt mittlerweile. Wo man den End-Boss killen muss. Und da ist eben eine höhere Drop-Chance für die Mounds der jeweiligen Expansion drinnen. Illidan ist down. Schwarze Temple ist abgeschlossen als Achievement. Und wir haben die Kiste hier am Start. Schauen wir mal, ob wir lucky sind. Und Alas Asche drinnen ist. Wir haben keinen Luck. Schade. Wäre zu schön gewesen. Gerade wenn einfach das Faultier auch noch drinnen gewesen wäre. Und das nächste Questgebiet ist durch. Einmal das Arati-Hochland. Und er erkundet auch mit dabei. Oh, ich glaube wir schaffen endlich eine Muhe. Oh mein Gott, Alter. Langsam komme ich mir vor. Immer alle Clips, die ich zeige. Bin ich tot am Boden, oder nicht? Das macht langsam. Kein gutes Bild mehr. Aber Boss ist down. Und damit haben wir jetzt 6 von 9. Jetzt schon wieder gut Progres gemacht. Und zwar haben wir einmal den Silberwald erkundet. Dann haben wir hier nebenbei noch Tirisfal erkundet. 2000 Quests abgeschlossen. Westliche Pestländer durchgequestet. Und jetzt werden wir das ja auch noch erkunden. Und dann geht es gleich weiter in die östlichen. Und damit haben wir den Meister der Lehren in den östlichen Königreichen abgeschlossen. Weil wir hier das Hinterland auch noch fertig haben. Außerdem gab es noch voller Wagen mit dazu. Das ist der Erfolg, wenn man in den östlichen Bestländern ausquestet. Und hier die NPCs anspricht. Auf dem Weg von Fionas Wagen. Wenn man das gemacht hat, dann gibt es da nochmal einen Bonus Erfolg. Das heißt, die erste Hälfte haben wir schon fertig. Jetzt geht es dann gleich zur linken Seite weiter, würde ich mal sagen. Da hätte ich fast noch vergessen, überhaupt die letzten Gebiete noch zu erkunden. Jetzt immer sagen Wald und einmal die Geisterlande. Und dann haben wir hier Erforscher der östlichen Königreiche. Auch dann, damit haben wir jetzt aber fein alle alles fertig hier. Ich habe ziemlich gut Progres gemacht jetzt beim Questen gerade. Und zwar Dunkelküste ist durch, Eschenthal, Teufelswald und die Mondlichtung haben wir zumindest erkundet. Und natürlich die anderen Gebiete auch. Jetzt bin ich hier gerade im Winterquellen unterwegs. Und wenn ich das beendet habe, geht es als nächstes hier zur Blutmythosinsel. Auf der Azurmythosinsel müssen wir nur erkunden. Da gibt es ja kein Meister der Lehren. Und die Random Quests, die machen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir halbwegs vorankommen im Meister der Lehren hier noch. Nebenbei kriege ich natürlich auch zahlreiche Items und andere Gegenstände gedroppt. Die sammle ich hier alle an. Gleich wie so ein paar Erzsensoren, die ich nebenbei ein bisschen abbaue. Und das werden wir dann alles mal zu Gold machen. In Winterquellen gibt es noch einen Erfolg. Und zwar nennt sich der hier Echo Wahnsinn. Ist ein kleines Easter Egg für Leute, die in Classical gespielt haben. Da gab es ja diese Echoes zu farmen. Jetzt sind es einfach nur noch Buffs. Da kippt man verschiedene Mobs. Und dann kriegt man hier diese Choo-Choo Buffs. Und wenn man dann hier schaut, muss einfach eine gewisse Anzahl an Gegnern hier killen. Macht man immer so lange, bis der Buff da ist. Und dann gibt es hier den Erfolg für. Und nächstes Gebiet haben wir beendet. Quests in Winterquellen ebenfalls abgeschlossen. Müssen wir nur noch erkunden. Und dann geht es schon weiter ins nächste Gebiet. Wie gerade vorher schon gesagt. Jetzt stellen wir natürlich ein paar Sachen ins Auktionshaus. Vor allem natürlich wieder vom Erze-Farm hier generell die ganzen erweckten Elemente, die wir haben. Da haben wir jetzt nicht allzu viel gerade mit am Start. Außerdem haben wir noch Zarlekt-Leuchtsporen vom Erze-Farm ebenfalls. Die Erze selber stellen wir nicht rein. Die bringen jetzt nicht so viel Geld. Das brauche ich hauptsächlich für Skillpunkte. Und ansonsten die ganzen kleinen Erze, was wir hier am Start haben ebenfalls. Dann haben wir noch ein paar Rezepte, die so nebenbei gedroppt sind beim Quest. Und ein paar kleinere, rare Gegenstände. Also auch hier zwei Arcan-Kristalle. Die können wir ebenfalls alle einmal reinstellen. Räumen in Essenz haben wir auch noch am Start. Die können wir auch noch verkaufen. Und auch hier Blut-Mythos-Insel haben wir fertig. Erkundet haben wir es. Und von dem Faschionista haben wir auch schon mehrere. Da haben wir einmal Kopfschultern und Schildhand bzw. Teile haben wir jetzt schon. Das ist einfach, weil wir vom Questen so viel Transmog kriegen, dass das gleich nebenbei noch vorangeht. Zum Ende dieser Folge schauen wir uns jetzt mal an, wie viel Gold wir überhaupt umgesetzt haben. Beziehungsweise habt ihr auch noch vorgeschlagen, dass ihr gerne immer die Spielzeit sehen möchtet, die wir aktuell haben. Das heißt, ich kann hier Slashplate im Chat eingeben. Und wir sind aktuell bei einer Spielzeit von 4 Tagen, 18 Stunden und 38 Minuten. Und auf der Maximalstufe 4 Tage und 2 Stunden hier. Das heißt, wir haben 16 Stunden Levelzeit gehabt. Ansonsten habe ich auch noch ein bisschen weiter gefahren. Das heißt, ich habe jetzt die letzten Tage innerhalb von dem Video immer wieder mal so ein paar Runden gemacht. Und zwar ein paar Erzrunden. Ich farme da immer in der Zaraleckhöhle. Ist ein bisschen botverseucht momentan. Aber man kann gerade hier im mittleren Part extrem viele Kräuter als auch Erze farmen. Dafür braucht man auch nicht viele Skillpunkte. Alles, was ihr dafür machen solltet, ist bei den Skillpunkten selber bei Spezialisierung hier die Beherrschung der Elemente. Einmal durchskillen, damit ihr hier die Main-Nodes einmal kriegt. Und natürlich auch hier die Bergbauarbeit als auch untersuchen. Bergbauarbeit ist einfach, dass wir auf dem Mount halt abbauen können. Und dann können wir da nochmal ein bisschen schneller unterwegs sein. Bei den guten Kräuterkunden ist das dasselbe. Das heißt, wir wollen einmal hier 40 Punkte in Botanik rein. Und dann gehen wir ebenfalls bei Beherrschung der Elemente hier mit 40 Punkten rein. Und das ist ehrlich schon das Main-Ding, was wir brauchen. Denn wie gesagt, wir farmen halt hauptsächlich die Elementar-Items. Das heißt, hier diese ganzen tobenden Elemente. Als natürlich auch die Zaralecksporen, die extrem viel wert sind. Das heißt, wie gesagt, ich habe hier noch ein bisschen weiter gefahren. Das sieht man hier, wir haben ein paar Seiten voll vom Auktionshaus. Wir haben aber auch einige Sachen nett verkauft. Gerade wieder die Trends. Wir haben auch ein paar Rezepte. Aber ja, man sieht schon, das ist wie gesagt alles. Gerade die Zaralecksporen sind hier immer am meisten wert, wo wir halt ein bisschen was abholen können. Werden wir jetzt nicht Millionär damit. Aber ich denke mal, wir haben gut was umgesetzt. Dann loten wir jetzt einfach mal alles raus und schauen mal im Chat dann, wie viel Gold das hier gleich ist. Da sollte auf jeden Fall schon mal ein bisschen was bei rumgekommen sein. Genau, umgesetzt haben wir hier 42.730. War ein bisschen viel Farmzeit. Ich denke mal so um die vier Stunden um den Dreh rum, was wir gebraucht haben, um das wirklich aktiv nebenbei dann zu farmen. Das heißt, wir haben schon mal gut Gold rangeholt. Wir können außerdem hier noch unsere ganzen Renner-Beutel aufmachen. Das ist halt von den ganzen Weltquests. Da ist nochmal ein bisschen Gold drin, wie man sieht. Das sind hier nochmal 4.000 Gold insgesamt, was wir hier dann abgeholt haben. Und ein paar von den Drachen-Kustomisierungen haben wir ebenfalls noch am Start. Das heißt, das lohnt auf jeden Fall auch die Rennen immer zu machen. Somit geht unser Gold weiter nach oben. Wie gesagt, eins unserer Ziele ist es natürlich auch, unseren Goldstand so weit wie möglich nach oben zu bringen innerhalb von der Serie. Und damit lassen wir es erstmal gut sein für diese Folge. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge wieder gefallen hat. Genau, Däumchen nach oben. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder sonstiges habt, wem ihr ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social-Media-Netzfolgen. Alle Links sind immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao. Ciao. Ciao.